Diese Säule sieht merkwürdig aus. Nein, das ist eine ganz normale Säule. Sicher? Pass auf, Nate! Warum fragst du mich nicht, bevor du dich in Gefahr bringst? Ich seh nix. Alter. Komm mal raus da. Geh mal irgendwie so, damit ich was sehen kann. So. Und jetzt? Bitte nochmal da reinlaufen. Jetzt sag nicht mehr die Säule davor. Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ich würde ja rüberspringen, aber ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite der Druckplatte eine weitere Falle gibt. Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrücken. Und schräg reinlegen will ich es auch nicht. Am Ende krabbeln die Käfer noch hoch. Eine Falle weniger. Ja, und jetzt? Das Brett ist nicht lang und schräg. Ich schätze, dass die Grube früher mit dünnen Holzbrettern oder dergleichen abgedeckt war. Mortimer oder die Zeit? Einer von beiden hat die Grube freigelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017